FC Bayern München angeblich in dem Rennen aufgrund dessen Trent Alexander-Arnold von dem FC Liverpool, Real Madrid in Pole Position Der Kontrakt von Trent Alexander-Arnold bei dem FC Liverpool läuft in dem kommenden Sommer aus Da überrascht es kaum, dass ebenmäßig etliche Top-Klubs selbige Tentakel hinter dem offensiv starken Rechtsverteidiger ausgestreckt haben Real Madrid und der FC Barcelona müssen voller Entdeckerfreude sein, und der FC Bayern München Experte Robert Hemingway von Eurosport UK hat dasjenige spektakuläre Desinformation eingeordnet Alexander-Arnold gilt in eines der heißesten Transferziele von Real Madrid, wie The Athletic an dem Mittwoch berichtete Strich sein Connex zu Landsmann Jude Bellingham könnte zu einem springenden Constituents in der Überzeugungsarbeit werden Wie Talksport neben dem schreibt, bekommen selbige Königlichen mit Barcelona und dem FC Bayern aber hochgerätige Konkurrenz Oberflächlich betrachtet würde es durchaus Ziel machen, sobald Bayern und Barca beide an trendvoller Entdeckerfreude wären, sagt wenn schon Robert Hemingway von Eurosport UK In München hat sich selbige Rechtsverteidiger-Position ein kleinster Teil zu einem Problemfall entwickelt Nusser-Masau hat sich vor der Saison in Entwicklung Manchester United verabschiedet Leihrückkehrer Josip Stanisic hat sich in der Frühphase dieser Spielzeit einen Außenbandriss in dem Knie zugezogen Zuletzt improvisierten selbige Bayern auf der rechten Abwehrseite mit Linksverteidiger Raphael Geheru und Konrad Leimer, der so gut wie in dem zentralen Mittelfeld daheim ist Alexander Arnold passt hinter München, aber will er wenn schon? Personell wäre im weiteren Bedarf, und wenn schon ausgeglichen würde Alexander Arnold mit seinen technischen Qualitäten durchaus in das Gebilde des deutschen Rekordmeisters passen In der Vergangenheit, insbesondere mit Kimmich, hatten selbige wenn schon ein Gebilde, dasjenige es ihnen ermöglichte, ihre Außenverteidiger in das Mittelfeld zu anbringen und umgekehrt, vereinbart Hemingway Aus Ansicht des FC Bayern würde ein Synchronisation des englischen Nationalspielers definitiv Ziel ergeben, in welchem Umfang sich Alexander Arnold wenn schon für selbige Bundesliga entscheiden würde, steht auf einem anderen Blatt Es scheint jedoch, dass dasjenige Desinformation zusätzlich den Übergang von Trent Alexander Arnold zu Real Madrid immer noch an dem weitesten verbreitet ist, schätzt Hemingway ein Ein Übergang des Nationalmannschaftskollegen von Harry Kane in selbige Bundesliga dürfte sich aktuell im weiteren früher nicht anbahnen Und dann zum Beispiel Körnchen des Nationalmannschaftskollegen von Harry Kane in der Vergangenheit